GZSZ-Star Timur Oelker und Karoline Steinhof sind seit stolzen elf Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch eines fehlte bisher noch zum großen Glück, der Trauschein. Jetzt hat Timur seiner Liebsten endlich die Frage aller Fragen gestellt. So romantisch war der Antrag von Timur Oelker. Timur hat den perfekten Moment auf den Malediven gewählt, um seine Karo zu überraschen. Bereits 2021 kam ihm die Idee, als die beiden das Hotel Atmosphäre Kanifushi besuchten, umgeben von weißen Sandstränden und dem glitzernden Wasser des Indischen Ozeans. Mit Lichterketten, Lampions und einem privaten Dinner am Strand war die Atmosphäre magisch. Es war einfach perfekt, schwärmt der Schauspieler im Interview mit Sender RTL. Dummerweise hatte der GZSZ-Star damals keinen Ring dabei. Fast vier Jahre später war es dann endlich soweit, im Hotel Raya bei Atmosphäre konnte ich ihr den Antrag machen. Es war wunderschön. Spontan fuhren wir danach auf eine andere Insel, ins Hotel VARU, und genossen dort unser Familienglück in vollen Zügen. Ich bin unendlich dankbar und kann mein Glück kaum in Worte fassen. Auch Karo wurde von ihren Gefühlen überwältigt. Sie hat gejubelt, geweint und war vollkommen überwältigt. Elf Jahre hat sie auf diesen Moment gewartet, all die Emotionen entluden sich in einem einzigen, magischen Augenblick. Wird ihre Hochzeit mit TV-Kameras begleitet? Das Paar hat bereits genaue Vorstellungen von der Hochzeit. Wir möchten eine deutsch-türkische Hochzeit feiern, weil ich türkische Wurzeln habe und diese unbedingt einfließen lassen möchte. Groß soll die Feier werden, und am liebsten auf den Malediven. Es wäre unser Traum, dort zu heiraten und alle einzuladen. Ob das in den nächsten zwei Jahren klappt, müssen wir sehen. Vielleicht nehmen wir sogar ein Kamerateam mit, um alles zu dokumentieren. Die GZSZ-Fans würde es sicherlich freuen.